So, für 9 kann ich nichts kaufen. Einmal zum Wohlfühlen, das ist sehr nett. So, ich gehe davon aus, die meisten wollen aber nicht, dass ich das spiele, sondern später wieder das Horror spiele. Ich würde jetzt noch ein Level machen und dann würde ich Richtung Horrorspielräder wechseln. Dann kann ich nämlich hier dann alles zu machen, alles dunkel machen, wollen wir nochmal was zum Trinken, was zum Knabbern und dann würde ich sagen, wir grüßen uns alle zusammen. Also, ein Level noch. Und dann geht's wieder Richtung Horror. Oh, freu mich schon. Könnt ihr meine Begeisterung sehen? Hihi, hi, hi. Nein. Okay. Ich fühle mich den Spalten näher, wenn ich einen verteidige. Als ob sie meinen Kopf mit mehr Pfiffigkeit füllen. Okay. Wo wollen sie denn hin? Die wollen ganz nach da drüben. Ja, das war wunderbar. Dann, äh, wir kaufen auf jeden Fall sowas. Proben schützen wollen wir. Ähm, was ist das? Das Gegner im Porch schweben? Kann man ja mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Eine Wand. Äh, äh. Okay. Kaffeetisch ist fertig gedeckt. Putz. Wir gruseln uns beim Stück Kuchen. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, ich mache ja auch noch einmal noch dieses Level. Und nach dem Level wird er erst gegrüßelt. Weil. Dann finde ich, habe ich genügend, genügend Verschonung gehabt. Oh, ist da auch ein Eingang? Können die da auch rauskommen? Nee. Eigentlich nicht. Da können sie reinlaufen. Die Säcke. Dann will ich da nichts hinstellen. Dann will ich da unten was hinstellen. Oder ich stelle einen ersten Bodenschützen hin. Ich stelle noch einen ersten Bodenschützen hin. Da steht eh schon einer. Guck mal. Damit er nicht so einsam ist, kriegt er noch einen Kumpel. Ich diene dem Arten. So. Dann lassen wir die mal rein. Die Jungs. Da kommen sie! Das war ja auch. Das war jetzt das andere, da hinten ein bisschen gebaut. Ne, ich hab's noch nicht hingewiesen. Ah, ich hatte ja Bogenschützen gebaut. Was, die fliegen? Wollern das? Warum fliegen die? Okay, das ist verrückt. Oh. Das klingt gar nicht so einfach zu erwischen. Ich muss gleich kotzen. Oh, da ist noch einer. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. So, wir haben hier. Ähm, so. Oh, die ganzen Brenner. Oh, die ganzen Brenner. Oh, muss ich sehen. Das hat gesessen. Oh, wieder Mello. Wie soll ich denn gegen die Fliegenden ankommen dann, wenn die ganzen Horden dann angreifen? Das wird ja echt lustig. Okay, ich brauch definitiv mehr Bogenschützen. Mehr Bogenschützen. Viel mehr Bogenschützen. Bereit eurem Geheiß zu folgen. Nennt mir eine Richtung. Ähm. Bin ich ja mal gespannt, was dieses Dampfding macht. Ja. So. Lädte ich doch einfach mal da eins hin. Mann, ich hoffe, es wird niemand verletzt. Ich hab keine Ahnung, was das tut. Tue ich nichts. Was? Flieger! Ach, nö. Komm ja doch da raus. Ich glaub, ich muss nicht übergeben. Und armlos zog er von dannen. Ich hab die Welt schmied. Ist das eine Leber? Ja. Ach, was für ein Spaß. Wir sind schon nah dran. Hey, Miles. Super. Die Pflegefächer sind ganz schön schwer zu treffen. Lass uns das nochmal machen. Okay, ähm. Ich hab gar nicht gesehen, was das Ding jetzt macht. Ich brauch jetzt einfach hier noch so ein Ding. Und, äh. Immer so eine Schnachelmauer. Bitte einmal durchfaschen. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Also irgendwie bringt dieses Wink-Ding gar nichts. Ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Oh, da kam jetzt fliegt wieder schneller. Oh, da kam jetzt noch ein Ding. Tötigen Menschen! Was für eine Sauerei! Schon wieder! Ruhe, in mir! Noch welche da? Ja? Okay. Ähm, 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 ähm. Ja dann... Warte mal. Oh, warte mal. Das ist nichts zu sehen. Äh. Hier kommt hier rein. Die Version ist da mit. Oh, man. Oh, man. Warte mal. Hier kurz von Endermalm und auch von D. Ah, da ist vielleicht etwas der Probezieher. Ähm, ah, der sich. Oh! Oh. 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 Okay. Okay. Äh... Ehemalige Wundpositionieren. Da passen nämlich 2 hin. Gut. Ähm... Hier, Hawk! Wollen wir das einmal langsam machen? Äh... Ja... Diese Propeller-Dinge, die will ich wegmachen. Ich weiß nicht, was die bringen. Da kann ich das Geld für Besseres nutzen. Definitiv kann man das besser nutzen. Äh... Indem ich noch 2 Bogenschütze kaufe. Mein Bogen ist euer. Oh, da sind schon 3. Ist egal, das ist das End-Segment. Nennt mir ein 10. Da... Ist jeder oben... Vorteil. Okay. Bis später, Laibu. Und guten Abo beim Kuchen-Essen. Abo beim Kuchen-Essen. Ach komm! Flieger! Die 3 bin ich. gıiiiنت! Pfff! Die. Ey...! Ist das eine Nebel? Ich bin nach außen! Oh, ich kann die Kronleuchter ja runterschießen. Oh, das muss ich jetzt gleich mal ausprobieren. Das muss ich jetzt gleich mal ausprobieren. Was hab ich denn noch anzubieten? Warum eigentlich nicht? Könnt ihr die Bromenschütze nicht auf den Gehen setzen? Ihr sollt euch doch wieder in die andere Richtung drehen. Danke. Das wird nicht unbedingt angenehm. Oh, das hat sicher wehgetan. Okay, das bringt doch nichts. Nein. Was ist das? Ein Hobenschütze ist gefallen! Danke. Lass uns das nochmal machen. Hm. Okay, ähm. Das wird wehtun! Lieger! In der Luft! Voll in die Presse! Der Luftschütze ist gefeilt! Sehr gut! Hauptgega! Ich bin in den Fall! Ich bin in den Fall! Ich bin in den Fall! Ja! Sehr nice! Ich bin in den Fall! Oh, Kuchen! Weit, weit weg! Ich kann noch eine schnelle Verbesserung kaufen! Das nutze ich! So! So! Wir gehen dann zurück ins Kampagnermittel! Ja! Das war ja nur zwei Köpfe! Das war natürlich richtig schlecht! Muss ich dann nochmal machen! Nächste Woche! So! Das war Orks Must Die! Werde ich die Tage wahrscheinlich nächste Woche immer mal wieder ein bisschen spielen! Und jetzt kommen wir dazu, was wir ja eigentlich, was eigentlich die meisten sehen wollen! Diff. Diff. Das war Ja. Diff. Diff. Vielen Dank.